3, 2, 1, so Leute und ähm, ich muss ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell Oh mein Gott, Plünderer, fuck, okay Ich hab jetzt keine Zähigkeit mehr drin, mal sehen wie, wie uns das Ähm, beschränken wird in unserer Spielweise, sonst muss ich auf die andere Klasse switchen, wenn mir Zähigkeit jetzt zu sehr fehlt Aber ich hab Plünderer dabei, jetzt bei meiner Ball, Killstreak-Klasse Und ich hoffe, dass wir, ich hoffe erstmal, alles ist klar bei euch Leute Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt nicht an Ammo sterben werden, weil wir keine mehr haben Und das regt mich so auf, hat mich die letzten 3 Folgen, oder was war das, wo ich immer keinen Plünderer dabei hatte Dann bin ich immer, ich hab, ich musste mir die ganze Zeit ständig Waffen aufheben, bin damit nicht klargekommen Beziehungsweise, ah, ich weiß es nicht, komische Waffen Und dann bin ich immer dran gestorben und das hat mich so aufgeregt Jetzt, jetzt endlich Plünderer, ich hoffe Zähigkeit, weil das andere, das, das will ich einfach nicht rausnehmen Weil das ist, dieser dritte Perk-Slot, ne, das ist richtig scheiße Da ist Zähigkeit drin, Plünderer drin und halt das Perk, ich weiß grad nicht, wie es heißt Ähm, wo man beim Boost nicht auf der Map angezeigt wird Und ihr seht selber, beziehungsweise ihr seht an meinen Gameplays, dass ich nur booste Und wenn man in dem, meiner Meinung nach ist, wenn man, meine Meinung ist, wenn man in dem Spiel richtig gut sein will Beziehungsweise viel, viel besser sein will als die anderen Dann muss man halt dieses Boost nutzen Ihr seht schon, hier beim normalen Laufen booste ich schon rum Und wenn ich dabei die ganze Zeit auf der Minimap angezeigt werde, dann geht es einfach nicht klar Das ist einfach, als ob die Gegner ein Dauer-Orbi auf mich hätten Was? Falls ihr versteht, wie ich das meine Und das ist echt scheiße, wenn die mich die ganze Zeit übersehen Und deswegen finde ich das verdammt wichtig So, die sind hier down Aber hier spawnen sie bestimmt auch gleich wieder Die spawnen hier Oh, was war das? Ich hab mich voll erschreckt Was, AirTube? Was war das für ein Geräusch? Oh, hallo, du da? Drei Ich zähl schon mit Ich bin schon wieder auf die DNA in meinem Kopf Okay Ich lade mir entspannt nach Da drin kommt gleich einer Ich geh jetzt auf die DNA, Leute Ich camp jetzt hier Patrouliere Wir liegen in Führung Nein, machen wir natürlich nicht, Leute Machen wir natürlich nicht Wie leise das hier gerade Oh, unsichtbarkeit Und es hängt Es hängt Oh, da sind wir wieder Oh, was? Ich habe mich gegen teleportiert Wir müssen es mal kurz ein bisschen Fuck Das gibt es doch nicht Er hat glitscht da wie ein Niemann Gott, ne? Wie er da gehad glitscht hat Ab nochmal Okay, mein Freund, ich hab dich gesehen Und dich hab ich auch gesehen Fuck, weg, 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 weg Die Action hier gerade Oh, bitte aim daneben, Gegner Bitte aim daneben Oh, mit dem Double SMBs Ich glaub's nicht Aber die Abfucker Wache Wache hoch tausende Es ist einfach so Jeder kann nicht spielen, was er will So mit der Spaß hat Aber Double SMBs Oh, immer wenn ich damit getötet werde Okay, wir müssen uns mal ganz gut zu der Ecke chillen Wir müssen gar nicht kämpfen Oh, was? Ich will zum Staunen gehen Oh, Level 39 Nice, okay So, einmal du Dann weiß ich irgendwo noch einer Stopp, der ist Entweder hier drin oder obendrauf Links ist auch einer Dann nehmen wir uns mal kurz weg Schön Und dann ist da noch einer Was? Da oben drauf Was? Zu viele Gegner Zu viele Gegner von mir Tut mir leid, Leute Das war gerade einer zu viel Wusste mich nicht, ob ich mich auf den Sniper, der nichts trifft, konzentrieren soll Oder auf den Gegner, der mich auf die Kassenkampf war Hin und her gerade So, ich habe schon weggeholt Oh, da habe ich den Raketenschlag, glaube ich, in Kill gespielt Okay Oh, 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 reiner, reiner, reiner Da ist noch ein Gegner Oh, der mit dem Double SMBs Okay, gehen wir mal wieder hier hinten hin Hier spawnt er Ist er rum drauf oder wie ist denn Hier drin Spawnt er gleich wieder Wenn er das war Wir sind wieder Geschützt Und wir sind wieder auf Blut rünstig Oh, 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 oh Okay Dann gehen wir doch mal Den habe ich gesehen, ne Ich möchte ihm jetzt noch nicht den Rücken zuwenden Ich glaube, wenn ich jetzt hier so abwarte, dann kommt er da gleich Okay, wir laufen hier mal wieder zurück Ich habe wieder Der Spawnt ist gleich wieder Oh Wo ist der Gegner? Weiß ich nicht, Leute Da hängt es auf jeden Fall Einer Schön weggeholt Bestimmt noch einer Hier ist immer dieser ekelhafte Spawn Ganz offen Spawnen Schön geflankt, den Gegner So muss das sein Dann gehen wir hier mal hoch Auf welches Auf einer Verbündete Drohne über uns Gestorben Oh, und wir haben die Bombardierung Weiß man die doch Komm, ich hau die raus Wo hau ich die hin? Hier? Unsere Drohne ist online Ich hau die an, komm, 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 komm Ich ruck, komm, 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 komm Ich ruck, wird wieder alles Okay, wir sind schon mal tot Sollen wir uns hier noch weg Wir sind nicht hin Und den Warbird haben wir auch noch Alter, Alter Okay Da oben ist irgendwie einer drauf Gnadenlos sind wir Okay, nice Der ist down, der hier oben drauf Und laufen mal wieder hier Hinten rum Boah, wir sind heute heftig am Abgehen Was heißt heftig am Abgehen? Wir sind 10er-Skrieg Hatten wir, glaube ich, die letzten Folge auch jedes Mal Er ist unten Hier ist draußen Okay, ich hoffe, hier ist jetzt keiner mit Geist Was? Nein! 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 Nein, Leute Ich bin jetzt nicht gerade Nein! Ich bin jetzt nicht gerade Auf der heftigen Also nicht heftigen Aber wir waren gut unterwegs Wir waren auf einer richtig geilen Strieg Was haben wir? Okay, 22,5 Aber wir waren am Ende auf einer richtig geilen Strieg Und jetzt bin ich down gegangen Wirklich Ich habe jeden Gegner dominiert sozusagen Und jetzt bin ich down gegangen Weil ich dieses scheiß Dieses scheiß Mapwechsel Kacken mitbekomme Ernsthaft, Mann Das ist Oh Das gibt's doch nicht Und jetzt holt mich der mit dem WSMGs Ey, wenigstens gewonnen Wir sind immer noch auf unserer Road Auf unserer Windstrecke hier Windstrecke hier bei DDM Nein, Leute Ich bin auf der Nein! Das gibt's doch nicht Fuck, Mann Fuck Scheiße, das war echt Wir waren gut unterwegs, Leute Wir waren echt gut unterwegs Wir hätten hier noch locker Weiß ich nicht Keine Ahnung Wir sind 15 geschafft Ähm Boah Fuckt euch das aus So, ob ihr mich gerade So Ähm Was Jetzt bin ich auf den Desktop Geschmissen worden Warum? Okay, da sind wir wieder So, Leute Ich hoffe, euch hat Ich muss die ganze Zeit rülpsen Aber er kommt nicht Nur so ein bisschen Ich hoffe, euch hat Das Video gefallen Advanced Warfare gefallen Falls ihr mehr COD Advanced Warfare Haben wollt Dann zeigt mir das Mit einem Like Ansonsten sehen wir uns Oder wir sehen uns Morgen Übermorgen Später bei Battlefield Wann ihr wollt Wieder Ich hoffe Wir sehen uns wieder Bis dann Und Tschüss